Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen Zu dieser neuen Manga Review heute sprechen wir über einen Manga, der mir sehr, sehr am Herzen liegt Ein Manga, der schwierig wird, noch zu bekommen, aber so eine tolle Prämisse und so eine charmante Aufmachung hat Dass es mich überzeugt hat, einen Manga zu lesen, einen Typ, einen bestimmten Typ, ein bestimmtes Genre, sag ich mal Dass ich normalerweise, ja, ich möchte nicht sagen meide, aber im Normalfall nicht lesen möchte unbedingt Heute geht es oder handelt es sich um den Manga Himitsu no Akuma-chan Der Manga wurde im englischsprachigen Bereich rausgebracht, hat insgesamt drei Bände, ist damit auch abgeschlossen und heißt auf Englisch Das Ganze wurde gezeichnet von der oder dem Manga, keine Ahnung, ob Weiblein oder Männlein Imu, also wie der, wie der strubbelige Vogel geschrieben und Imu oder Imu, wie auch immer die Japaner das aussprechen möchten Hat sich, hat eine schöne Aufgabe sich vorgenommen und zwar, und jetzt kommt der Punkt Viele wissen wahrscheinlich oder können sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich über Secret Devil Chan schon einmal gesprochen habe Denn ich hatte den ersten Band Januar Und um es mal quasi die Story dahinter noch zu erklären Ich hatte eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass ich diese Bände jemals komplettiert in meiner Sammlung haben werde Denn das Ganze wurde gepublished von Petschi Manga Wird geschrieben P-E-Z-Tschuldigung, P-E-Doppel-C-H-I Petschi Manga Und Petschi Manga ist so, ich sag mal, ein Teil von mehreren, ja, Teilen dieses Publishers Digital Manga Oh Gott, Corporation, die haben irgendwie drei Namen gehabt im Laufe ihrer Zeit irgendwie Beziehungsweise werden die gerne darunter aufgeführt Also Digital Manga Publishing und so weiter DMC gibt's glaube ich auch Ne, DMP war's glaube ich, DMP Und DMP hat eben dieses Petschi gehabt Und auch zum Beispiel auch Project Age Was quasi das Projekt war, im englischen Bereich Aeromanga rauszubringen Was so semi-funktioniert hat Ich denke nicht, dass sie komplett bankrott gegangen sind Aber sie haben sich, also dieses DMP hat sich enorme Schulden zukommen lassen Und hatte den Sitz in Kalifornien Und die haben wohl, glaube ich, meine ich noch im Kopf zu haben Steuerhinterziehung gemacht oder sowas Und sind halt damit richtig doll auf die Fresse geflogen Und dementsprechend gab es irgendwann einfach gar nichts mehr Es wurden noch einige Manga, die auch jetzt, sag ich mal, eher im Edgy-Bereich angesiedelt sind Und nicht im Aeromanga-Bereich angekündigt Wie zum Beispiel, ähm, dieses, ähm, dieses, dieser Love-Manga Mit dem, äh, Love im Titel, ähm, der als Anime rauskam Mit, äh, diesem Yuri-Aspekt, ähm, mit diesem Girls-Love-Aspekt Ich weiß, ich komme gerade nicht mehr Love-Triangle Oder nee, es hieß anders, ne Ich komme gerade nicht mehr drauf Ist aber auch, ist aber auch wurscht Auf jeden Fall wurde viel angekündigt Auch unter anderem, ähm, I Don't Need Panties oder sowas Auch so ein merkwürdiger Manga, der auch nie wirklich, äh, rauskam Ende vom Lied ist Viele haben eigentlich gedacht, äh, man kommt nicht mehr an diese Manga ran Denn, äh, 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 Secret Devil-Chan kam in dieser Zeit eben halt noch raus Und, ähm, die konnte man im Online, äh, online quasi auf deren Webseite käuflich erwerben Ähm, Problem, nicht jeder nutzt Kreditkarten Ehm, ich in meinem Fall nutze keine Und habe öfter mal Probleme dann bei Unternehmen, die nur Kredit, äh, annehmen, äh, etwas käuflich zu erwerben Also habe ich geguckt, Amazon, nix Andere Webseiten, nix Überall gesucht, äh, J-List, alles mal abgegraben Nix, nichts, nada Gar nichts mehr Und jetzt bin ich Vor einem Monat, ähm, auf Amazon Auf, äh, auf, ja, auf Gebrauchtwaren, äh, gestoßen Ähm, die aber im Top-Zustand waren Und die hatten gerade mal 15 Euro gekostet pro Band Was halt wirklich noch mega in Ordnung ist Wenn man bedenkt, äh, dass der Manga im Normalfall halt 16 kostet Gut, klar, da kommen noch, äh, Versandkosten drauf und so weiter Also ich habe gebraucht quasi den gleichen Preis bezahlt wie normal Ähm, aber das hat irgendwie funktioniert Mittlerweile sind die Bände leider auf 30 Und der zweite Band glaube ich sogar auf 50 Euro hoch Ähm, wie es halt nun mal leider so ist Ähm, und ich sage euch gleich mal vorneweg Ich würde den Manga auch mit diesen Preisen kaufen Jetzt, wenn ich es wüsste, im Nachhinein Man kann das Ganze auch online lesen Das heißt, man kann eigentlich komplett den ganzen Manga online lesen Habe ich festgestellt Äh, kann ich natürlich auch verstehen Wenn man nicht für einen zweiten Band zum Beispiel 50 Euro ausgeben möchte Ähm, aber Jetzt kommt's Langer Rede, kurzer Sinn Ich habe schon einmal über Himitsuno Akumachan gesprochen Und habe dann quasi mehr oder minder die Prämisse an sich nicht erklären möchten Äh, erklären wollen Äh, weil das für mich quasi so eine Art großer Spoiler war Weil mich das total begeistert hat Aber Es ist ja Quatsch irgendwo Weil das ist das Hauptthema in diesem Manga Und das nicht zu erwähnen wäre einfach Quatsch Deswegen erkläre ich euch kurz, worum es geht Es geht um unseren Hauptprotagonisten Männlichen Hauptprotagonisten Su Kurosaki Und ähm, der ist 16 Jahre alt Und hat, äh, Bock auf Vögeln Ähm, findet aber in seinem Leben irgendwie nicht die Richtige Er findet, ehrlich gesagt, gar keine Er ist so irgendwie Er ist nicht unbeliebt, so sage ich mal Aber Ja, er kriegt halt irgendwie keine ab Er findet keine Ist vielleicht auch irgendwie Nicht zu schüchtern Aber irgendwie Ja, ja Er kommt halt irgendwie einfach nicht wirklich ran Und ähm, dazu Ist er eben halt sehr, sage ich mal, direkt Das heißt, er hat gewisse Vorstellungen Er mag den weiblichen Körper Und äh, erzählt das gerne mal Was natürlich auch ein Punkt ist Was die Damenwelt dort ziemlich creepy findet Und dann hat er sich einfach beschlossen Eines Tages, ähm Ähm, ja, sich in den dunklen Künsten Ähm, zurecht zu machen Und eben einen, äh, einen Dämon zu beschwören Mit dem er in einen Pakt eingeht Damit er endlich seine Jungfräulichkeit verliert Yay Und so kommt es eines Nachts, dass er eben dieses tut Er mal zeichnet ein Pentagramm auf dem Boden Und beschwört ein jungen, äh, ein, äh, ein junges, äh, Dämonen Namens, äh, Kogure Dämon Na, mit, na, Dämon wegen Dämon, ja Und, ähm, wie es halt so, äh, die, die, die Stimmung will Reißt er ihr komplett alles runter Weil er ist ready, sie ist ready, alles ist gut Er bemerkt aber dann einen Aspekt, äh, dem ihm nicht so gut gefällt Denn unser süßes, wirklich, aber auch wirklich goldig, wunderschön gezeichnetes, äh, Dämonenmädchen Ist kein Succubus, sondern ein, äh, Inkubus Ein Inkubus ist quasi die männliche Variante der Succubus Und das bedeutet im Klartext, ähm, sie, also beide, sind nun in einen, äh, Vertrag eingegangen Und, äh, dieser Vertrag muss nun erfüllt werden Sprich, sein, das, das Ziel von, ähm, Kogure ist jetzt eben, ähm, Kurosaki Sue dabei zu helfen Seine Jungfräulichkeit zu verlieren Er hat aber eher weniger Lust auf Bananen und Nudeln Und ist da super abgeneigt Und, darum geht's so ein bisschen Ähm, wer massig an Echi erwartet, ist hier ein bisschen falsch Denn, ja, es kommen Echi-Momente drin vor Die sind aber recht handsam Und, äh, dementsprechend jetzt nicht im Vergleich zu einem, äh, Tenyo Teng, Ma Ken Ki Und, ähm, wie sie noch alle heißen Äh, Highschool DxD und was auch immer Sondern es ist, wie gesagt, eher, eher handsam Und, äh, dadurch, dass es ein süßer Boy ist Statt ein süßes Girl, ähm, ist es natürlich Oftmals nicht ganz so ansprechend für jemanden, der eben, nee, keine Homosexualität, äh, in sich trägt Aber, ähm, dieser Manga macht es absolut fantastisch Quasi sich in so's, äh, ich sag mal, Position einzufinden Denn, Kogure ist ein, eine, ein, ein wunderschöner Dämon Der eben männlich ist Aber im Grunde eine interessante und, äh, liebliche auch, äh, Persönlichkeit hat Auch natürlich eine gewisse teuflische Persönlichkeit Aber eine sehr unterhaltsame, spaßige und sehr romantische auch, äh, Persönlichkeit Wo es dazu dann immer wieder zu Momenten kommt Wo man sich selber erwischt, dass man eigentlich sagt Ja, warum eigentlich nicht? So, wo, warum ist jetzt Man hinterfragt das Ganze so ein bisschen Warum ist, jetzt sag ich mal Warum ist die Nudel so wichtig? Wenn, wenn es scheinbar in der Liebe funktioniert So kriegt nach und nach dieses Gefühl Diesen Zwiespalt Dass er eigentlich, äh, sich hinbezogen zu Kogure fühlt Und auch, ich sag ich mal, diese, ähm, Kogure verliebt sich nach und nach Eben halt in ihn Und wird auch eifersüchtig und so weiter Also diese, die typischen Geschichten Die man nun mal auch in einer potenziellen Beziehung eben halt hat Mit einer kleinen Nebenbuhlerin Die aber nicht so, so mega thematisiert wird Was ich auch ganz gut finde Und, ja, das war, das ist absolut, absolut großartig und fantastisch Ähm, das war mit Abstand das Was ich eigentlich immer ein bisschen Gerne mal von einem Boys Love Manga bekommen wollte Also quasi nicht das Also man hatte das Gefühl beim Lesen Dass hier mal die Zielgruppe Nicht unbedingt zwangsweise eben die weibliche Zielgruppe Beziehungsweise die Fujoshis sind Äh, wie sie sich ja auch gerne wohl selber nennen Ich weiß manchmal nicht, ob das eine Beleidigung Oder einfach nur eine liebliche Bezeichnung, äh, ist Ich kenne mich da auch zu wenig aus Ähm, ich möchte jetzt auch, wollte jetzt auch keinen beleidigen in der Hinsicht Ich kenne mich, wie gesagt, einfach nicht aus Ähm, manche nennen sich so In Japan ist das, glaube ich, eher eine Beleidigung Aber es geht ja in die Richtung Otaku auch Ähm, weiß ich jetzt nicht so genau Aber auf jeden Fall hat man nicht das Gefühl gehabt, dass diese eben die Zielgruppe sind Sondern tatsächlich, dass hier ein Ein Romance-Comedy Also ein Rom-Com Jounen-Manga gezeichnet wurde Mit wirklich schönen, hübschen Zeichnungen Ähm, lustigen Momenten Netten, netten One-Liner und Jokes Und einem recht schönen Flüssigen Übergang der Story Mit, äh, sympathischen Charakteren Ähm, da, da hat man echt mal quasi Eine andere Zielgruppe gewählt Und hat das Thema Boys Love thematisiert Ein, ein Bad, äh, in Battlezone sag ich schon Ein Shonen Boys Love Manga Wie absurd das Ganze klingt Und wie gut das Konzept doch funktioniert hat Weil es einfach mal erfrischend anders ist Und ich liebe Kogure und So Ich finde die, oder Kurosaki, je nachdem Ähm, ich liebe diese zwei Charaktere Die funktionieren so gut miteinander Ähm, beide sind auch absolut keine langweiligen Charaktere Die halten die Stimmung und das Bedürfnis Den Manga zu lesen aufrecht Und ich muss halt echt sagen Ich kann's wirklich nur empfehlen Und wenn ihr euch das Ganze mal online gebt Ähm, und wenn ihr dann genau der Meinung seid Wie ich, wow, das gehört Der Manga wird, oder ist Einer meiner absoluten Favoriten Dann Würde ich vielleicht auch sagen Kauft's euch Kauft's euch Stellt euch's in Eho Stellt es euch ins Regal Ähm, es hat ein paar Mankos Ähm, zum einen Es hat halt nur drei Bände Der Manga wurde gepublished Und zwar 2010 Und 2014 wurde er beendet Mit noch ein paar Mit einem Spin-Off Wo noch ein paar zusätzliche Geschichten, äh, drin sind Äh, mit den Charakteren Motohimitsu no Akumachan Oder ich glaube, irgendwie heißt das, glaube ich Äh, More More, warte mal More, äh, Devil-chan oder sowas Ich guck grad mal Äh Wenn das irgendwo mal noch stehen würde Da More the Secret Devil Also More, Ausrufezeichen The Secret Devil-chan Und diese, diese Parts Sind alle in diesen, äh, drei Mangas Mitverwebt Das heißt, man kriegt auch Den Spin-Off komplett mit Äh, angeblich, äh, läuft er noch Aber ich hab, glaube ich Nichts mehr Neues entdecken können Zumindest im Internet Auch keine Bilder Vielleicht läuft er noch irgendwo In einem Magazin Möglich Aber wahrscheinlich nicht mehr Wirklich regelmäßig Die Mangaka Oder der Mangaka Hat auch ansonsten Nichts großartig gemacht mehr Was ich ein bisschen schade finde Und ich glaube auch Dadurch, dass dieser Manga So ein mutiges Thema hat Und dann eben halt auch mal Eine andere Zielgruppe angesprochen hat Mit, ich sag mal Äh, Themen Wo man sich als Ich weiß nicht Ob man sich als, ähm Als, ähm Homosexueller Junger Mann Sich unbedingt Dort abgeholen fühlt Ob das das ist Was man lesen möchte In einem Manga-Bereich In einem Boys Love Ähm, aber ich kann als Nicht-Homosexueller Mann Auf jeden Fall sagen Dass es mich abgeholt hat Dass ich es interessant fand Und, äh, dass es mich Eigentlich überhaupt Nicht gestört hat Ähm, vielleicht Weil der Charakter Sehr, sehr weiblich aussieht Und eigentlich fast Nahezu nicht wie ein Mann Oder ein junger, äh, junger Mann Ähm, aber Da ist es im Grunde egal Man braucht eigentlich gar nicht Darüber groß, äh, drauf nachdenken Denn es hat für mich funktioniert Es hat mich abgeholt Und, äh, Kogure ist Ein männlicher Charakter Aber fucking cute Ja, fucking cute Gucke ich mir gerne an Den Charakter Wunderschön gezeichnet Ähm, ich hab sogar Ich werde wahrscheinlich Jetzt einfach mal In diesem In dieser Review hier kurz Ein, noch ein anderes Standbild reinpacken Was ich sonst selten mache Aber, ähm, einfach mal auch Um zu zeigen Ich hab's versucht Ein bisschen, äh, so in die Reihe zu packen Damit man vielleicht mal fast Alle Chapter-Bilder sieht Könnt ihr gerne mal drauf gucken Ich find die so toll gezeichnet Auf jedem Chapter-Bild Ist eben halt, äh, Kogure In einem anderen Outfit Oder so, äh, designed Und es ist wirklich Es ist wirklich wunderschön Und, äh, der Humor Den ich auch mal noch so mit reinpacke Ist halt auch irgendwo klasse Ähm, hat mich auf jeden Fall Abgeholt Was ich negativ finde Um das auch mal zu erklären Weil das war nicht so ganz alles positiv Zum einen Wie gesagt, nochmal Es sind leider nur drei Bände Ähm, das Ende Ist zwar wirklich gut Also wirklich gut gelungen Und man hat nicht das Gefühl Dass man jetzt hier irgendwie Dass es schnell schnell gehen musste Okay, doch, ein bisschen Also quasi Ein Zwischenkapitel Hat so quasi Dann einem schon suggeriert Okay, jetzt muss der Manga Aber leider so langsam enden Ähm, deswegen beschleunigen wir Etwas ein bisschen Und, äh, die Dramatik am Ende Ich hab wirklich, äh, da sind Tränchen gekullert Das muss man, muss ich dem Manga Natürlich zugute halten Aber die, sag ich mal Die tragische Szene Hätten am Ende Ein bisschen länger gehen können Ne, also wenn man sowas schon mal reinhaut Dann, dann bitte richtig Ähm, aber so wie das Ende dann Quasi am Ende Also ganz am Ende Das Ganze formuliert wurde Und zum Abschluss gekommen ist Muss ich sagen Ich bin nicht, ähm, ich bin nicht d'accord mit Es ist auf jeden Fall Wunderschön aufgelöst Und, ähm, es sind Ganz, ganz tolle Drei Bände Mit Einem Einzigen Manga Also ein Manga Wo mich wirklich Ein bisschen rausgeholt hat Und fast schon Im zweiten Band war das Wirklich Wirklich gelangweilt hat Da hab ich nämlich bemerkt Dass Emu aus irgendeinem Grund Ähm, bringt sie Eben halt Einen, äh, einen Familienmitglied Von, äh, Kogure Mit ins Spiel Und immer wenn dieser Charakter Auftaucht Finde ich irgendwie Wird der Manga Ein bisschen schwächer Der Charakter ist nicht Wirklich interessant Er hört auf den Namen Aoi Ist nicht wirklich interessant Ähm, macht nicht allzu viel Irgendwie Die Story Er ist irgendwie so ein Bindeglied Wo am Ende vielleicht Noch ein bisschen Sinn macht, so Aber Im Grunde und Ganzen Könnte man auf diesen Charakter Einfach auch komplett verzichten So, ähm Und das fand ich ein bisschen Schade Und es gibt halt im zweiten Band Glaube ich Drei Kapitel hintereinander Wo eben dieser Charakter Eine Im ersten nicht ganz so Also im zweiten Band In dem ersten Kapitel Äh, wo er drauf auftaucht Nicht ganz so riesig Aber die Die kommenden zwei Sind einfach nur Ähm Ja, der Die Das Familienmitglied hat einfach keine Seht nicht ein Dass, äh, Kurosaki so Und Kogure Dämon Eben halt irgendwie So ein Paar werden Oder sowas Und, äh, versucht es dann So ein bisschen zu Zu hindern Aber das fand ich nicht gut Es war selten Es war nicht so witzig Ähm, also der Humor war In den allen anderen Kapiteln Wesentlich besser als dort Und auch der Flow War wirklich so ein bisschen dröge Und ich hab gedacht Oh Gott Geht das jetzt wirklich In die Richtung Das wär schade Aber wenn man diese zwei Kapitel Quasi aushält Vielleicht Empfindet jeder das auch anders Aber wenn man diese zwei Kapitel Aushält Wird es wieder wirklich wunderschön Kriegt wieder einen richtig schönen Flow Und Wie gesagt Kommt zu einem Sehr Schönen Zufriedenstellenden Ende Und ich muss sagen Geil Himitsu No Akuma-chan Secret Devil-chan Ähm Hat sich zu In meine In meine Favoritenliste Mit eingereiht Weil es einfach mutig ist Weil es mal was Neues ist Weil es interessant ist Weil es Wie gesagt Ja einfach Weil ich Absolut Nachvollziehen kann Warum dieser Manga Nicht groß Weitergekommen ist Weil es natürlich In der In der Zeit In der Natürlich Äh Edgy Und ähm Quasi Wenn man eine Jungs Als Zielgruppe Ansprechen möchte Dass man das Thema Boys Love Nicht unbedingt reinbringen sollte Das ist wahrscheinlich Jedem klar In einer gewissen Form Ähm Aber Es wurde hier einfach mal gemacht Und hat mich einfach genau deshalb Wahnsinnig begeistert Um das mal festzuhalten So gesehen kann ich sagen Dass das mein absoluter Boys Lieblings Boys Love Manga ist In einer gewissen Form Ähm Aber es ist halt nicht Das Um einfach noch Auch mal Dem ganzen noch mal Den Den Anschein Zu nehmen Es ist nicht das Was man unter Typischen Boys Love Lizenzen Die ist hierzulande Auch Äh Gibt bei Tokio Pop Ähm Vor allem Ähm Nicht sowas Es ist Es ist definitiv anders Es ist romantisch Es ist zärtlich Es hat Humor Aber es ist nicht das Was man unter dem typischen Boys Love Manga Sieht Und deswegen Will ich Möchte Möchte wirklich So viele Leute Wie möglich Dazu mal motivieren Einfach mal Drauf loszulesen Und zu gucken Sag mir das zu Und wenn es euch Verwirrt Dann ist es Vielleicht auch Sogar der Genaue Der genaue Punkt Den Ähm Vielleicht auch Versucht hat Mit diesem Manga Irgendwie zu erreichen Absolut Fantastischer Manga Ich kann es jene Empfehlen Und bedanke mich Hiermit Offiziell bei euch Fürs Zuhören Und wünsche euch Noch einen Wundervollen Aufenthalt In der Maison Manga Ich bin euer René Und sage Wieder einmal Tau Bye Tau